so herzlich willkommen zu einem space engineers video um quasi torpedo engineering es geht um diese dinge hingehen mit dem automatons update habe ich mich eine zeit lang mit der torpedo entwicklung beschäftigt habe die in meiner server welt auch schon eingebaut da gab es einen live stream zu habe das ganze auch aufgezeichnet das ist quasi zu finden und da war doch die frage gestellt ja wie wie habe ich den gebaut das wollte ich hier mal zeigen und auch ja was so meine wieso die dinge funktioniert und was ich bei den ganzen entwürfen gelernt habe so ich habe die alle in seiner creative welt ausprobiert hatte ein exemplar wo ich sage okay serienreif ich habe die welt gebaut und da getestet war dann dort gar nicht so angetan davon weil man schießt ja schon relativ viel material raus muss es auch schaden anrichten und da war so minimal ich habe mittlerweile auch rausgefunden was so los war genau ich möchte jetzt eigentlich auf das fertige ergebnis eingehen und auch ein bisschen erzählen was ich wieso warum da gemacht habe also da quasi diese learnings mit einbauen und ja torpedo ist eine sache das ganze muss ja auch irgendwie eingesetzt werden das heißt ich habe so ein bisschen ein ökosystem drumherum entworfen gucken wir uns doch erst einmal das objekt der begierde an es ist ein small grid torpedo der quasi zwei sprengköpfe hat ein vorne ein hinten warum hinten ist häufig aufgefallen dass direkt partie nach dem einschlag noch durch die gegen durch die gegen flog und okay dann hier noch ein zweiten der erste sollte den zweiten auslösen und bumm genau dann sollte das ganze small grid sein um ja einfach nicht so viel material zu verballern und um kleine sachen rauszuschicken hydrogen weil hauptsächlich für für space und ich finde ion angetriebene dinge ich meine hier gehen jetzt auch schon wenn wir uns das hier mal angucken hier an der stelle metallgitter metal grids mit drauf die kobalt brauchen was ja am anfang von markieren feine rache ressource ist aber ion triebwerke die brauchen halt einfach so ja finde ich wie kostspielige sachen was das ding ist ja jetzt absolut nicht umsonst und man sollte sich überlegen wenn man das ding rausfeuert aber halt nicht so teuer wie wenn ich jetzt hier ion thruster einbaue die dann ja die 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 thruster components ich weiß gar nicht was brauchen braucht die platin oder silber und gold auf jeden fall irgendwelche edelmüllteile und die sind dann ja quasi weg dann kriegt das ding hier einen tank und ich habe mir überlegt okay die dinge sollen auch quasi über einen 3d printer über projektor und wälder in masse produziert werden können das heißt ich komme mit einem leeren tank sie müssen gefüllt werden dazu gibt es hier diesen small connector der früher mal der ejector war um dem ziel den akku hier drin aufzuladen der er quasi die ganze steuerung übernimmt und den kleinen tank hier mit wasserstoff zu füllen der auch ein bisschen explosions masse darstellt um ja überhaupt das ding anzutreiben genau das ist das ganze ding das heißt wenn ich ihn produziere ist das ding erstmal leer und kann nichts darum jetzt gehen wir mal auf das ökosystem ein jetzt habe ich den hier verkehrt rum gibt es zusätzlich auch noch diesen diesen hobel hier das ist mein torpedomover hier kann ich im prinzip den magnetplatten die triebwerke sind auch ein bisschen davon abgesetzt dass ich nicht den torpedos schon beim transport quasi vernichte kann ich ihn nehmen da ist noch mein prototyp also mein das heißt mein prototyp eigentlich ist das mein mein gerät mit dem ich quasi den proof of concept gemacht habe dass das ganze auch so funktioniert hier was hingebaut dass ich den zack 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 dann an eine startvorrichtung bringe am anfang habe ich das auch mit einem kleinen flieger gemacht einfach nur kommt das ding wird das da hat er flieger als selber angedockt ist wir sehen hier schon okay der schwingt auf den magneten oder das ist ja hier aus bis an so dann nehmen machen wir hier mal den ausbauen steigen aus haben geht alles zum proof of concept hier rein und dann haben wir den drin so es würde der betankt werden und so weiter und so fort hier schon mal ein ready genau dann ist das ding hier drauf und wir machen es an dem hier der anderen kann man für andere späßchen nehmen ich fliege jetzt erstmal meinen meine logistik einheit nach hinten zack so dann die zweite logistik einheit wie gesagt das war ja richtig nur proof of concept denn hier mit dem blending gear die gegend gekarrt so das andere ist dann auch das einsatzreife dann habe ich in dem ding drin wir können erst noch mal reingucken dazu nehmen wir mal einen der nicht verbunden ist dass wir nicht noch andere components sehen wenn wir rein in control panel was haben wir hier drin wir haben die thrusters wir haben die warheads wir haben ein flight modul ein offensive modul was aufschaltet wir haben ein paar timer mit event controller die die thruster den connector eine kleine batterie kleinen tank und hier unten sind die warheads ich meine ich habe hier nichts sonst weiter ausgeblendet genau und letztendlich wird der timer einmal abgefeuert der dann sagt ich mache den connector unlock also von Seiten des torpedos ich habe ihn selber noch mal drin okay dass hier habe ich noch ein fehler drin dann habe ich habe das jetzt gerade aus dem blueprint nachgeladen ich habe den noch mal überarbeitet können wir gleich noch mal reingehen genau was ich hier gefehlt hatte die das muss ersetzt werden gegen macht die halt nicht nein nein passt alles so launch warum noch mal der kann das kann raus ich nehme ihn mal raus die prinzipiell ich raus stopp halt auf triebwerke an kommen mit modul an der hat das andere modul ist schon an der vielleicht ist vielleicht nur du kommen mit modul ist programmiert auf um wo ist es da Ziel auf enemies man könnte es im Prinzip auch noch vorher er sagen okay um welche Prozent ist ab system sollen angegriffen werden zum Beispiel pro polischen pro polischen dass er die die antriebe geht um auf jeden fall krisen bevor denn es ist ich hab sie im overreit soll er nicht haben genau also er hat angriffsmodus wo ich wusste hier intercept also er fängt das ding an und wer will es haben um es geht hier in den antrieb um ja das ist das im prinzip geht er jetzt auf den nächsten man kann noch auf den größten und auf den kleinsten gehen das so eine sache die müsste man eigentlich in die die kommandokonsole des torpedos der torpedoplattform reingehen und sagen okay den torpedos programmiere ich jetzt für dieses verfahren auf ich mir auf kleinsten auf größten auf waffen auf was auch immer was man auch immer treffen will für dieses szenario ist es jetzt propulsion im flight modul habe ich im prinzip das ist an precision mode aus collision avoidance an erst wenn er in angriff über geht soll er halt override machen und das ding aus soll er nicht vorher irgendwo reinkrachen speed limit auf jeden fall hoch das ding soll volles fund rein donnern das alles hier unten ist eher für im planeten dafür habe ich das ding aber gar nicht getestet den event controller der ist jetzt in ich habe verschiedene sachen ausprobiert am ende ist es geworden dass um das ding auch am überleben zu halten die warheads unscharf zu haben also sie sind hier auch nicht gearmt und erst wenn er zweieinhalb meter also ein block vor dem ziel soll er die scharf machen wenn er sie zu spät scharf macht ja rammt das ding einfach nur rein wenn wir sie zu früh scharf machen und das ding abwehrfeuer bekommt von den von gattling ganz oder was immer kann es sein dass wir dass er schon vorher hoch geht und keine wirkung im ziel erreicht darum habe ich das mit dem event controller gemacht kurz vorher bam scharf selbst wenn er ihn dann erwischt zweieinhalb meter vorher ja ist er wahrscheinlich bei einer geschwindigkeit von 100 meter pro sekunde beim treffer schon im ziel oder so kurz zum ziel dass er auf jeden fall eine wirkung im ziel erreicht genau das ist eigentlich die logik dahinter das heißt zum starten müssen wir hier eigentlich noch mal wieder reingehen und kurz in den timer block gehen den hier rausnehmen weil wir den ja quasi hier direkt anstarten gehen hier rein holen uns den timer launch timer hier rein sagen er hat wieder genau man kann es auch in der start sequenz wie machen so und dann wird das ding losgehen damit das ganze jetzt auch irgendwie hier einen spaß hat da hinten ist ein beacon hier drüben habe ich noch drohnen angriffsdrohnen ausprobiert die etwa eine quasi nächste stufe ich fliege hier mal weg der combat controller identifiziert ziele bis zu 2,5 kilometer reichweite das heißt wir können hier ruhig ein bisschen auf distanz gehen bum 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 so ich gucke hier erstmal kurz in den admin tools ich möchte untargetable sein so weil wir geben jetzt hier erstmal assault corvette gegner rein assault corvette was haben wir hier wir nehmen die hier das ist von mir eine assault corvette die auch schwere panzerung hat ein etwas fortschrittliches modell wir geben ihr mal ruhig ein bisschen so dann gibt ein bisschen mehr abwehrfeuer rüber so gehen hier ran und steuerung alles markieren übergeben das mal den space pirates und somit ist das ding jetzt ein feindliches grid wir gehen zurück zu unseren torpedos fliegen hier einmal rüber gott sei dank ist der jetpack eigentlich das ziemlich cooles fluggerät gut zu steuern gut austariert in alle richtungen man beschleunigt schnell man bremst schnell ab der arme astronaute drin muss bestimmt ein paar gehkräfte ab können so setzen wir uns da rein wir sind fast 2,24 kilometer entfernt gehen hier rein sagen start ich lass den immer mit fliegen er nimmt jetzt schön geschwindigkeit auf ich würde empfehlen das auch ein bisschen über reichweite zu machen damit er auf hohe geschwindigkeit kommt und nicht abgefangen wird so jetzt gucken wir uns das ganze mal an wir sind jetzt im abwehrfeuer der karren hält ein bisschen was aus kommt rein bam ich weiß gar nicht auf was ich ihn jetzt hier genau ich meine auf propulsion er hat die nächsten wir schießen nur noch über die rest das meine ich bleibt noch relativ viel über darum habe ich hinten auch noch ein warhead rein ich bin mir nicht sicher ob der zweite warhead jetzt was gemacht hat er hat hier eine relativ große lücke in die triebwerke gehauen das hier ist alles schwere panzerung ich bin mir jetzt hier aber auch nicht sicher ob die warheads scharf waren das war eine erfahrung dass ich in der einen produktions blueprint da einen fehler drin hatte das kann man gleich nochmal korrigieren dass die warheads nicht scharf waren das sieht mir jetzt danach aus und dass der aufprall jetzt eigentlich eher ein ja den kinetischer impact war und nicht der durch die warheads aber macht schon schaden also finde ich jetzt nicht nicht so schlecht das ding ähm so wir gucken ihn hier nochmal an wir gehen in den das ist noch eine alte version genau hier hatte ich noch arming einen einen ähm das kann ich eigentlich mal zeigen ist eine coole sache ich hatte hier einen timer der hier reingeht die müssen wir hier mal raus machen wir machen den hier war nämlich der fehler drin da start nach dem start soll er ihn scharf machen dann sind die wenn wir den arming nein nicht der arming sondern das arming der macht die warheads scharf ähm das heißt sie sind aber schon fünf sekunden nach dem start scharf und wenn er dann abwehrfeuer bekommt ja kann es sein dass das ding hoch geht bevor es ziel erreicht äh hier ist jetzt meine ich bei der version auch mit light armor ich habe noch eine version hier mit heavy armor was am ja eigentlich es kommt genug auf geschwindigkeit kommt auf jeden fall durch es gibt aber auch fälle wo du mit light armor eigentlich durch kommst wir nehmen hier auch jetzt mal den den launch timer gucken uns den spaß nochmal an zack und das ding marschiert los und ja gut dass wir zehn meter pro sekunde schneller sind das heißt wir können uns das spektakel gleich mal angucken wenn der vektor stimmt ne jo das kriege ich hin abwehrfeuer läuft wenn er ist ne mal gucken bam naja man hat gesehen vorne die frontplatte kriegt relativ viel die warheads sind scharf und ähm es geht in einem feuerball auf kommt nicht durch also das war so eigentlich wird das das ähm nachdem das grundprinzip funktioniert war das so der wichtigste clue eigentlich um die dinge auch wirkend ins ziel zu bringen hm machen wir den hier mal weg so ich habe dann äh wie gesagt so eine startplattform habe ich in meinem survival game auch aber ich habe mein kanonen boot ähm womit ich quasi alle aggressiven geschichten mache die idee war eigentlich so einen kleinen karren zu haben der zur not schnell nachgebaut ist nicht so viel material drauf geht mit dem man nicht hinterher weint ist immer ein bisschen gewachsen mit seinen aufgaben mittlerweile würde ich sagen ist okay das ähm ja das äh konzept die plattform darf aber überarbeitet werden ich glaube noch viel mehr ausreizen kann man den karren nicht weil er jetzt auch schon was was agilität angeht echt am ja an der grenze ist so hier soll das ding auch dran befestigt werden und ein ding war ähm ich brauche jetzt ein small ejector ein small connector und der small connector den gibt es nur um small grid das heißt ich habe hier ein subgrid reingebaut hier ist ein na wie heißt es ein ein rotor wo dann hier in den small grid weitergeht äh den habe ich hier auch mit schwerer Panzerung ausgeführt äh hab dann hier den ejector rangebaut hab gedacht okay cool ich finde hier die auto cannons eigentlich ganz cool kann man hier ein auto cannon turret ran bauen ähm na macht man die not zur tugend äh das ding hier ran torpedos ran ein bisschen mit rum geflogen ach einmal auf tastatur falschen knopf bei voller fahrt den ejector entkoppelt und der torpedos trudelte rum das heißt ich musste den erstmal einfangen äh war ein ähm ja da sollte das material einfach so durch die gegend fliegen den zu bergen war nicht einfach darum habe ich hier noch eine sicherung eingebaut eine magnetplatte das heißt ich muss jetzt erst die magnetplatte drücken um ihn zu entsichern dann die startprozedur einleiten also ich habe einen sicherheitsmechanismus drin das können wir gleich mal ausprobieren und wir können hier erstmal in den torpedos reingucken weil das ist quasi die finale version wie hatte ich ihn genannt torpedos achso ich habe hier eigentlich auch äh dann dem einzelnen torpedos immer eine seriennummer oder so eine eindeutige bezeichnung gegeben dass ich ihn nachträglich weil ich muss ja den timer zuordnen dass ich weiß fahre ich jetzt portzeit oder starboardzeit ab wenn wir reingucken wir haben wieder einen event controller der sagt Distance Lock to Targets zweieinhalb Meter ob Set Collect Actions Payload ist die Gruppe ähm der Warhals macht den scharf ähm wo haben wir den Launch Timer der na hier ist der ist auch raus anlocken den jetzt anmachen klack 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 gleich wie eben wenn wir jetzt hier in den Flieger mal reingucken habe ich hier irgendwo so jetzt ist die Sache na wie gesagt ich bin hier irgendwann mal auf eins gekommen und dann trudelt der Torpedo weg ich muss die Sicherung lösen also 4 und 5 und kann dann 7,8 die Startprozedur einleiten und was mache ich hier gerade? Warum fliege ich? was passiert hier unten? haha ok was ist jetzt los? ach es lockt oh man so unlockt jetzt sind sie unterwegs ich habe sie gelockt ähm ja so kann einem natürlich der Torpedo auch äh quasi als Behelfstrieb weg dienen sind die Dinger unterwegs also die Sicherung fand ich ganz gut dass sie halt gegen äh unintentional launching äh einschützen jetzt gehen die Dinger los gleich müssen wir in ins Abwehrfeuer kommen bam 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 ich meine mit zwei Zeit erste geht rein Warhead hat nicht gezündet ok was ist da los? er nimmt den nächsten Anlauf hat jetzt den Nachteil er ist natürlich sehr langsam und wird gekillt ähm genau also hier sieht man äh war das vielleicht doch nicht der richtige Blueprint das wichtigste ist den Blueprint äh den den Warhead scharf zu machen ansonsten hat man hier nur einen kinetischen kinetischen Treffer und wir wollen an der Stelle mehr haben jetzt mal mal gucken wo sind wir denn da hinten das Problem ist aber auch zu lösen wie gesagt ich hab damit ähm auch schon 1a Abschüsse hinbekommen so dann Torpedo ich hab mir hier im Blueprint von gemacht in den einzelnen Entwicklungsstufen äh hier hab ich das Gunboat mit Torpedo geblueprintet in welche Richtung muss ich denn in die so gucken wir nochmal rein warum ist der nicht scharf geworden was sind wir denn überhaupt mhm Combat closest gehen wir mal auf die Weapons ähm bei dem anderen gehen wir auch auf die Weapons so und dann wo sind die Event-Controller sagen probieren wir mal was aus 3 Meter bei dem anderen 5 Meter mal gucken was besser funktioniert wieder im Flieger auf Seite 4 war es so Magnetplatten bam bam ne ich unlocke sie Sicherung raus Feuer Feuer so gleich hinterher da sind sie ups ich fliege ein bisschen komisch wir kommen gleich ins Abwehrfeuer Abwehrfeuer feuert jetzt gucken wir mal bam bam ähm ja ich glaube die beim ersten war es auch schon der Warhead an ähm wie sagt alles Heavy Armor ähm ja ich hatte noch mal einen Eindruck was wie das Ding gegen Heavy Armor wirkt ähm Light Armor war desaströs wenn da zwei Warheads rein marschieren ähm ja hier sehen wir Heavy Armor macht auch schon Lücken aber da sieht man finde ich jetzt auch im Prinzip dass ähm äh mein ja meine Schwäche finde ich in diesem Torpedo Konzept man kann zwar gut was rausschießen das Schiff an sich wenn wenn es ein bisschen robust gebaut ist ist aber noch einsatzfähig und da ist halt die Frage ist der die die Mittel die ich hier verschieße rechtfertigt die die Wirkung ähm ich meine ich habe hier okay äh eine Adderrikanone weggedongelt ähm hier eine Assault Gun Turret es fehlt glaube ich auch noch ein Raketenwerfer ähm Triebwerke fehlen aber dafür sind jetzt hier auch vier Torpedos reingegangen ist boah hm ne wenn ähm man jetzt weiß okay man hat keine Chance und muss die Dinger raushauen weil es geht ums Überleben okay dann die Dinger Dinger raushauen möglichst viel Schaden machen ähm ähm ich spiele eigentlich keine PvP-Geschichten sondern Survival ähm ja wenn ich jetzt hier so ein Schiff übernehmen will ist es die Frage ob es das richtige Mittel ist ähm man könnte solche Sachen machen wie okay wenn ich ein Schiff verfolge von hier hinten in den Antrieb rein ähm kann schon mal helfen aber ansonsten wenn ich sage ich will das Ding quasi ausrauben ja weiß ich nicht gibt es wahrscheinlich bessere Sachen um erstmal ähm die die Türme zu entfernen und ähm das Ding dann zu boarden wenn es heißt okay da ist jetzt ein Angriff und ähm also irgendwelche Drohnen oder größere Schiffe greifen die Basis an und es müssen die ich muss möglichst schnell viel Schaden verursachen dann ist so ein Torpedo ja also man kommt hier schon gut durch ja das finde ich ganz cool ähm wie es für PvP geeignet ist wenn jetzt hier nebenbei auch noch anderes anderes Feuer läuft ob das was Unterstützendes ist müssen die PvP-Leute wissen ähm ich fand es ganz witzig mich mit dem mit dem Ding zu beschäftigen ich habe es mal im Survival auf einen leicht gepanzerten NPC abgefeuert das Ding also auf so ein so ein Fracht da ist Lichterloh hochgegangen ähm im Weltraum waren sehr viele Ärzte verteilt die ich danach ganz entspannt einsammeln konnte ja dafür ist das Ding eigentlich ziemlich cool ja das war so meine bisherigen Torpedo-Erfahrungen ich versuche die immer noch ein bisschen weiter auszubauen bin aber für für solche Sachen dann auf das kann man gleich mal machen auf Drohnen gegangen da bin ich aber auch noch nicht zu einem Finale gekommen auch wenn ich sie schon in mein Survival-Welt überführt habe ich meine das hier hinten sind die Drohnen ich weiß jetzt nicht ob ich hier jetzt was demoreifes habe weil ich hier sehe ich den Vorteil der Drohnen ähm dass ich sie so programmieren kann dass sagen okay wir haben gerade gegen NPCs ne die in der Reichweite von AI gesteuerten Sachen ja 800 Meter haben bin ich hier Reichweite ja ähm habe ich hier eine Drohne gebaut mit einer Primärbewaffnung das ist jetzt hier eine Swordgun also 1400 Meter Reichweite man sieht das ist schon zurückgekommen ähm ist auch so eingestellt dass er kann ja mal reingucken haben wir hier habe ich hier noch irgendwo irgendwo eine Konsole drin ja äh Combat-Modul Offensive er soll Cirkeln Orbiten ja kreiselt da drum rum nimmt die Assault Cannon auf einer Entfernung von 870 Meter ähm je näher ran desto zielsicher aber 1400 oder 1300 dengelt das Ding eigentlich daneben näher ran wäre noch besser dann ist er aber in Abwehrreichweite äh 870 klappt super ich habe ihn so gebaut dass er momentan jetzt erstmal mit dem Timer äh nach dem Timer zurück geht oder wenn Akku Munition alle Timer jetzt auch gerade für wie heißt es hier für Creative äh dass das Ding nicht ewig unterwegs ist und in der Regel kriegt er wenig Abwehrfeuer weil er mit 870 nun mal bei manchen Manövern kurz reinkommt ansonsten eigentlich nicht wir können mal sehen es gibt ein Problem wenn er quasi der Timer abläuft oder äh die Schwellwerte für Munition oder Energie unterschritten werden und er den Heimmarsch antritt wenn er dann auf der ne quasi hier ist die Drohne hier ist der Feind er ist jetzt 870 Meter auf der Seite muss hier zur Basis zurückkehren dann fliegt er halt nicht außenrum dahinten sondern brrrr so und dann ja also wenn er genau auf der anderen Seite ist wäre es halt richtig mies da muss ich nur eine Lösung für einfallen lassen ob man da irgendwas macht ähm da sind paar Module in in Reihe schaltet dass er erst fliegt und dann äh nach Hause fliegt ähm ja ähm sieht man hier kriegt er ein paar Schüsse ab das war in dem Fall jetzt nicht so tragisch wir können das ganze mal angucken ich meine ja machen wir mal hier ähm die tippt launching ich hoffe es war das richtige Play er geht los dockt sich hier eigentlich ab ja das ist auch immer so die Sache das ähm Stopp Unlock soll er eigentlich machen komm wir helfen mal ähm so eine Erfahrung manche Sachen gehen dann gehen sie wieder nicht dann muss man die äh die Wegpunkte nochmal sauber setzen dann ähm dann klappt es auch wieder äh ja ähm also manchmal muss man die Sachen mehrfach machen so er sucht jetzt nach dem Feind findet ihn hoffentlich fliegt äh auf eine Reichweite von 870 Meter wirkt hier mit seiner Hauptkanone die habe ich noch reingegeben die Turrets hier drumherum habe ich eigentlich nur dran falls ähm das jetzt so ein Space Pirate ist Antenne drauf dass er ein Gunboat äh ruft äh was verteidigen soll das coole ist das funktioniert sogar relativ gut der Circle drumherum bewegt sich und schafft es erstmal dem Gunboat ein paar von Lutz zu knallen bisher haben die Drohnen teilweise auch beschädigt aber haben das Ding überlebt und haben es auch wieder zurück in die Basis geschafft also ja das fand ich war ein cooles Konzept so er kreist jetzt drumherum äh wie sagt näher dran bessere Trefferwirkung weiter weg wird schlimm und das Schiff beantwortet das Ganze nichts mit nichts weil die AI Türme nur wenn sie komplett AI gesteuert sind und kein Ziel zugewiesen bekommen ähm auf 800 Meter wirken und wir sind auf 870 oder 900 wir können es ja mal angucken na so das heißt das ist eigentlich total genial weil relativ wenig bis auf die Munition an Material verloren geht da drüben ist die Heimkehrbasis und das ist alles was ich meine wenn er jetzt quasi bis hier fliegt und hier das Signal für Rückmarsch bekommt fliegt er direkt an dem vorbei und dann wenn das Ding stark bewaffnet ist und auch noch äh in gutem Zustand Goodbye Drohne ähm zumindest schwere Beschädigung wir können ja mal gucken was passiert oder wann er die den Heimritt antritt jetzt schon wisst ihr er nimmt jetzt den den Heimritt und jetzt ignoriert er halt die Order 870 Meter Order 870 die Order 870 Meter entfernt und bisschen nah dran ähm man sieht doch jetzt schon dass er quasi in alle Richtungen fährt das heißt irgendwie die ganze Steuergeschichte ist getroffen worden die sollte man dann auch abpanzern dass wir jetzt wahrscheinlich einen Totalverlust hier hinnehmen müssen das Ding wird es nicht mehr bis nach Hause schaffen das ist der Nachteil der Drohnen ähm hab ich noch keine Lösung für gefunden werde ich aber auch noch weiter dran arbeiten weil das finde ich ist ein ganz witziges Konzept ähm genau ich hab ja beides mal gesehen was auch für für Wirkungen sind ähm ja eigentlich hat die Drohne hier auch schon gute Treffer hingelegt ähm ja und die Dinger die die Torpedos springen große Lücken raus das war's von mir ihr könnt ja also ich bin mal neugierig zu hören ob ihr damit rum experimentiert habt äh was so eure Erfahrungen sind was ich vielleicht auch im pvp wo ich mich wie gesagt überhaupt nicht mit beschäftige äh funktioniert was nicht ähm wie gesagt ob jetzt die Drohnen äh die Drohnen sag ich schon die Torpedos für Survival so einen großen Mehrwert darstellen weiß ich nicht ähm auf jeden Fall auf der Spaßfront haben sie sehr viel Mehrwert dargestellt hat total Spaß gemacht sich mit den Sachen auseinanderzusetzen und quasi so als ja Gateway of Last Resort so ein Dinger hier nochmal rauszugeben und dann weiß okay das Ding muss jetzt Schaden nehmen ähm ich feuer die Dinger noch raus funktioniert das oder einen Frachter komplett springen und dann nachträglich die Rohstoffe einsammeln funktioniert auch ziemlich gut also bis dahin ich bin in freudiger Neugier auf Kommentare äh Ideen genau wenn es gefallen hat dann äh ja freut mich das also dann macht's gut haut rein